Hallo, willkommen zu diesem neuen Feuerwerksvideo. Heute habe ich hier die komischen Kanonenschläge von Niko für euch. Und ja, das ist eine 10er Schachtel, 28 Gramm, 2,8 Gramm nur. Und dann mache ich es auf. Na, das war noch ein Papier. Ja, das sind die. Die sind ziemlich sehr groß, muss ich sagen. Sie sehen sehr gut aus. Mit wenig NEM. Ja, der Test wird dann zeigen, wie lautstark ist. Ich würde sagen, einige zündigt Jan jetzt und viel Spaß. Ach ja, ganz so gut sehen sie ja dann doch nicht aus. So, die Niko-Kubis. Schöne Rauchwolke. Der hat den Druck. Ja, blitzen schön. Und der lauteste war 107,7. Dann tschüss, bis zum nächsten Video. Dann ploff. Okay.